Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin die Nora. Tanz dich fit, zweiter Part. Los geht's. Marschieren, pflanz. Schön, die Knie nach oben. Bisschen mehr Hüfte vielleicht. Lockert ja alles. Und sehr gut. Die Arme zur Seite. Arme nach oben. Sehr gut. Alles schön aufwärmen. Side to side. Und tap. Arme vor. Die Knie ein bisschen mehr beugen. Arme nach oben. Sehr gut. Arme nach vorne. Arme nach oben. Sehr gut. Und Oberkörper mitdrehen. Die Wirbelsäule aufwärmen. Schön rüber. Perfekt. Und Arme nach oben. Super. Vier, drei, zwei. Und Arme drinnen. Wunderbar. Die Knie ein bisschen mehr beugen. Noch größere Bewegung. Super. Und nach oben. Je größer die Bewegung, desto mehr Kalorien verbrennen wir. Die Knie ein bisschen mehr beugen. Und tief. Und tief. Oberkörper drinnen. Yes. Vier, drei, zwei. Arme nach oben. Super. Und die Arme vorne kreisen. Und ein bisschen tiefer. Super. Noch vier. Drei. Zwei. Sehr gut. Und marschieren. Arme. Nach oben. Und oben. Zur Seite. Sehr gut. Nach oben. Sehr schön. Seite, Seite, zur Seite. Und tief Becken. Arme mitnehmen. Super. Und schön weit nach unten. Sehr gut. Vier, drei, zwei. Und Oberkörper drehen. Nochmal große Runde. Noch ein bisschen größer werden. Arme nach oben. Sehr schön. Und Arme kreisen. Oben. Unten. Sehr schön. Nach oben. Tief. Einmal noch. Wunderbar. Und am Platz marschieren. Super. Dann können wir ja gleich loslegen mit der Choreo. Hup. Schön die Knie nach oben ziehen. Super. Knee left. Und lift. Sehr gut. Arme mitnehmen. Große Bewegung von oben. Haare nehmen und Gesicht auf den Knie. Kannst du keine Aggression hier beim Tanzen rauslassen. Deshalb geht es einem immer danach so gut. Knie nach oben. Sehr gut. Doppelknie. Doppelknie. Zweimal. Und zweimal. Ziehen und wechseln. Super. Geh ruhig mit dem Oberkörper schön rüber. Dann hast du auch die seitlichen Bauchmuskeln nochmal dabei. Schön die Taille hier trainieren. Und in Wechseln. Ziehen. Zweimal. Sehr gut. Super. Und Single. Ziehen. Doppelknie. Single. Doppelknie. Achtung. Jetzt geht weiter. Und Schritt. Tap. Twist. Abmarschieren am Platz. Andere Seite. Schritt. Tap. Twist. Abmarschieren am Platz. Sehr gut. Schritt. Tap. Po zu mir. Sehr gut. Schritt. Tap. Wunderbar. Und Side. Tap. Hup. Hup. Das ist auch eine schöne Bewegung. Ja? Und. Sehr gut. Und Wechseln. Je tiefer du gehst, desto besser. Und komm. Twist. Ruhig rein. Und. Einmal noch. Diese Bewegung kommt direkt nach unseren Knee Lifts. Sehr gut. Und Knie Lifts. Doppelt. Schritt. Und Twist. Schritt. Twist. Marschieren. Bleib hier. Und Schritt. Twist. Wunderbar. Und Knee Lifts. Bam. Doppelt. Schritt. Twist. Schritt. Twist. Marschieren. Wunderbar. Knee Lifts. Hoch. Hoch. Doppelt. Die andere Seite natürlich. Und Schritt. Tief. Marschieren. Wunderbar. Knee Lifts. Wir wechseln die Seiten selbstverständlich. Doppelt. Schritt. Twist. Schritt. Twist. Super. Knee Lifts. Singles. Da kannst du deinen Tussi rauslassen. Aussehen. Und Schritt. Twist. Five. Six. Let's go. Single Knee. Doppelt. Bist du noch dabei? Twist. Bleib hier. Marschieren. Vorne. Hinten. Vorne. Hinten. Vor. Rück. Vor. Rück. Wir machen ein Pivot Turn gleich. Zeige ich dir alles in Ruhe. Vor. Vor. Das wird ein bisschen zügiger sein. Knee Lifts. Hinten. Wechseln. Erstmal die andere Seite. Alles in Ruhe. Schön, dass du überhaupt schon mitkommst. Doppelt. Schritt. Twist. Schritt. Hup. Hup. Five. Six. Sehr wenig. Vor. Rück. Vor. Rück. Und Knee Lifts. Doppelt. Twist. Schup. Hup. Und marschieren. Mitbekommen ist ein bisschen zügiger. Let's go. Knee. Doppelt. Twist. Und direkt. Vor. Und vor. Und Marsch. Wir gehen gar nicht mehr zurück. Es gibt no way back. Vier. Drei. Zwei. Doppelt. Super. Und twist it. Schritt. Hup. Hup. Mambo. Mambo. Marsch. Perfekt. Five. Six. Seven. Andere Seite. Doppelt. Chip. Und twist it. Und Mambo. Mambo. Sehr gut. Du machst sie gleich genauso wie jetzt. Und schaust so wie ich mich drehe. Bei den zwei Mambo sind wir halbe Drehung. Mich erklären. Einfach zuschauen und einmal dann mitmachen. Vier. Drei. Zwei. Let's go. Und vier. Drei. Zwei. Toppe. Wupp. Twist it. Drehung. Und Marsch. Ganz kurze Pause. Wenn wir hier ankommen, muss ich durchatmen, dass ich weiß, du bist angekommen, hast nichts umgeschmissen, hast ja nichts gebrochen. Vier. Drei. Zwei. Zeit. Und vier. Drei. Zwei. Toppe. Und Schritt. Schritt. Bam, bam. Mambo. Mambo. Und Platz. Ja. Alles lebt noch. Warten sind heile. Kinder sind heile. Da können wir ja weitermachen. Mach mit. Und vier. Jetzt probieren wir mal die Drehung. Immer eine halbe Drehung. Und doppelt. Super. Und ein Twist. Rück. Und Schritt. Drehen. Schritt. Drehen. Marsch. Super. Fünf. Sechs. Zeit. Und hoch. Doppelt. Wunderbar. Und Twist it. Schritt. Und Drehung. Drehung. Und Marsch. Yes. Yes. Super. Jetzt versuch mal ohne Pause dazwischen, oder? Das schaffst du. Und. Vier. Drei. Zwei. Let's go. Und. Hopp. Zieh. Weit nach oben. Und hoch. Wenn du magst, kannst du schön mithüpfen. Bisschen mehr Kalorien. Und. Und. Stopp. 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 Twist it. Und Marsch. Wunderbar. Sehr gut mitgekommen. Super. Ich bin stolz auf dich. Wir gehen auch gleich weiter. Also, nach unserer schönen Drehung. Komm in Taps. Ganz easy. Damit wir uns nach der Drehung erstmal erholen können. Und. Und hier kannst du dir einbauen, was du möchtest. Was eher dein Ziel ist. Ob Hüfte. Hopp. Ha ha ha. Ja, hab Spaß. Schaut dir eh keiner zu. Ist dir egal. Kannst machen, was du willst. Tap. 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 Vier. Drei. Probieren wir es. Und. Knie. Hopp. Komm an. Hopp. Hüpf mit, wenn du keine Knieprobleme hast. Und. Drop it. Twist it. Schritt. Twist. Wupp. Drehung. Drehung. Und. Tap. Deine coolen Moves. Kannst Freestyle. Yo. Und. Knie. Stop it. Schritt. Twist. Und. Twist. Wupp. Wupp. Drehung. Drehung. Und. Tap. 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 Let's go. Und. Knie. Sehr schön. Und. Twist it. Und. One. Two. Three. Four. Drehen. Drehen. Tap. Five. Six. Seven. Eight. Seven. Knie. Dopp it. Twist it. Deine taps. Ho. Hey. Ho. Knie. Sehr schön. Dopp it. Twist. Schritt. Twist. Twist. Drehung. Drehung. Five. Six. Seven. Eight. Und. Sehr gut. Dopp it. Schritt twist. Sehr schön. Sehr schön. Super. Taps zur Seite. Side. Side. Sehr schön. Du weißt, bei unseren Workouts hier, gibt es immer schön einen letzten Part für die Kräftigung. Jetzt haben wir ein bisschen Kalorien verbrannt. Und alles schön straff bleibt. Und Bein hoch. Vier. Drei. Zwei. Und wechsel. Vier. Alles schön anspannen. Wenn es zu wackelig wird, nimm dir einen Stuhl. Vier. Drei. Zwei. Einer. Vier. Drei. Zwei. Und in der Mitte. Tief. Drei. Zwei. Einer. Hoch und Bein. Drei. Zwei. Einer. Und tief. Drei. Zwei. Einer. Und hoch. Drei. Zwei. Einer. Und tief. Sehr schön. Und hoch. Und tief. Drei. Zwei. Einer. Und hoch. Sehr schön. Wir bleiben in der Mitte unten. Komm mal. Eine Runde durchhalten. Tief. 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 Vier. Drei. Zwei. Und hoch. Komm mal. Tief. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Geht noch was, oder? Let's go. Nicht rumjammern. Schön durchhalten. Wunderbar. Und letzte Runde. Vier. Drei. Zwei. Einer. Und marschieren. Schön die Beine lockern. Ausschütteln. Also wenn du Lust und Zeit hast, kannst du die Bewegung jeden Tag beim Zähneputzen machen. Oder was auch immer. Das schadet nie. Ja? Kräftig schön den Po und Oberschenkel. Und tapst nach vorne. Tap. Die Beine ein bisschen locker. Wieder etwas runterkommen. Dass du Schweißab trockenen. Zwei. Einatmen. Arme nach oben. Und abschalten. Und hoch. Und aus. Sehr schön. Super. Und Zeit. Arme mitschwingen. Und Arme vor. Sehr gut. Und wieder Seidhüfte. Und Arme mitschwingen. Vier. Drei. Zwei. Einer. Und komm zum Marschieren. Super mitgemacht. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020